Ich würde die Disks gleich einwerfen Ich hab das noch nie gemacht Tolle Disks So hier ist wieder Brücke Ja ich guck mal was hier hinten ist Ah! Ich guck mal was hier oben ist Ja hier hinten kann ich ein Portal setzen Ja dann pack mal da hin Das andere Dann komm ich Keine Ahnung wo komm ich denn hin Ey ich lass mich überraschen Huiiii Jetzt bin ich hier Ja Ja und das bringt mir genau null Doch 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 Klar! Ja guck mal wo ich bin Ja ich hab's gesehen Du musst das, warte mal Ich mach's mal so Und wir müssen dich da hinten irgendwie auffangen glaube ich Warte mal so Warte mal so Dann mach mal das Portal da hin Und eins da hin Moment da Und das andere Okay Das hatten wir eben auch Weißt? Ja das war genau das gleiche Nur dass du jetzt das neu hast mit der Brücke da Hm Moment Wir müssen uns irgendwie aufbangen ja So würde ich das jetzt sagen Kannst du auf die andere Seite hier vor den Portal schießen? Von den Balken hier in der Mitte? Ja Irgend? Äh Ähm Dein Ernst? Dein Detlef? Ja Hä? Das ist knifflig Ein bisschen Weil wie hält das denn auf? Das hält ja nicht wirklich auf Das hält ja nicht wirklich auf Nicht erschrecken Ja 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 das ist nur das gleiche ne? Ist genau das gleiche? Gar nicht hier äh nur andersrum Warte mal Kann ich hier in die Seite hoch Kannst du? Warte ich ich setz mal ein bisschen schräger Kann ich nicht Nee kann ich nicht Wenn ich jetzt hier oben bin Das bringt mir glaube ich nicht zurecht ey Nee Es hat doch irgendwas mit diesen Flächen dazu drüber Was? Weil wenn du ja Wenn da ein Portal ist Ne? Dass du dich dann von dort oben da runter Habe ich dich gerade getötet? Fallen? Nee nee alles gut Okay gut Ja klar So das macht ja auch Sinn Das machen muss Na aber wenn da ist So jetzt wäre das was wir eben taten die ganze Zeit Das ist ja blödsinnig Ja klar Warte mal Wir haben ja halt hier noch ne zweite Fläche ist die Sache Wenn ich jetzt Gleich hier in das rote Portal rein falle Dann ist das Dann schieß mal dein rotes Portal dahin Nee so weit flieg ich nicht ne? Doch du fliegst genau dagegen Ja? Genau da rauf? Glaub ja Mach einfach mal Nee warte dann schieß dein gelbes mal unter dich Dann flieg ich die ganze Zeit hoch und runter Achso Ja dahin So super okay So super okay Wo schieß ich mein's jetzt hin? Schieß mal einfach kurz da Genau so jetzt flieg ich ja eh die ganze Zeit hoch und runter Das heißt wir haben eh kurz ein bisschen Zeit zu überlegen Was muss ich jetzt machen? Hä? Hä? Sein Ernst Ich hab das zu Oh Ja mein Fehler Moment Geh durch meine Portale durch Ja 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 Oh Ich werd dann wieder dich hoch und runter schießen Geh mal am besten hier dass du hier runterfällst bei mir wo ich bin Ja ich mach das mal selber so Zack So was soll ich jetzt machen? Soll ich ein Portal dahin schießen? So Naja warte das kann ich jetzt machen So Wo bist denn du? Du bist jetzt in dem Musst jetzt hier hoch In meins rein Und dahin Nee ich flieg nicht bis dahin Du kommst nicht weiter Guck mal ich komm hier hin Hm Ey Kratzen wir mal kurz die Nase Ey Das bringt ja ja auch nichts oder? Nein Es wurde aufgehalten Von einer Bande Von einer Bande Alter Ich guck mal jetzt hier oben Das ist Forum Irgendwoh Ja das hab ich auch schon Cent Nach geguckt aber ich hab bis hier nichts gesehen Däh Ne Moment Ne ja es ist egal Ich mach Macher Nonsense Ahhhh Hey wieso ist das hier länger als das hier? Keine Ahnung Einfach so Okay Das ist meins Irgendwie muss man dich doch da aufhalten können, wenn du da lang fliegst Ja, aber wie? Vielleicht denken wir auch einfach zu kompliziert oder so? Weil wenn ich ja jetzt durch deins durchfalle, flieg ich ja darüber Ja Ja, und wenn da die Brücke ist, ist das zu wenig halt Du siehst ja, mach mal Ja, da und dann unter mir, die sind schon richtig Geh du mal in eine Zelle, wo du nicht stirbst halt Wenn ich denn mein gelbes ... ... ... da hin mache ... ... da irgendwo Fläche, die wir noch nicht mehr gefunden haben ... 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 b ... ... ... ... machst denn welche wo bist du gerade du musst zusehen dass du das da wieder hinkriegt 1 dass die brücke da ist weil du fliegst hoch kommst dagegen und dadurch ist glaube ich dann fall geringer oder ich weiß dass du meinst ja dass du eine geringere höhe hast ja jetzt muss ich überlegen das gelbe ja es war das falsche portal von mir aber sonst war gut ja die idee war auch gut also die idee ist vor allem echt gut so warte du bist jetzt durch meine hier durch du hältst jetzt die hierbei jetzt muss das gelbe weg machen zack ich glaube so viel geringer ist meine fallhöhle höhe dann ja hätte sein können aber eigentlich ist die idee ganz gut ich muss nur langsamer fallen ja das ist eigentlich das einzige problem bei uns ja weil es wenig wenn es weniger wumms hinter hat dann könnte man das denn schaffen bin niedriger ja aber das machst du das macht ja nur die portalen dann sag ich dir bescheid wenn du sie weg machen kannst also das eine dass du da hinkommst in die mitte ne warte ich bin mir noch nicht ganz sicher das ist das gleiche wie eben ne so hoch bin ich nicht oder mach mal jetzt das gelbe weg oder wir müssen von hier aus fliegen oder ne das ist eigentlich der gleiche ok ähm ich habe keine ahnung hey das muss doch irgendeine lösung geben dafür ja klar ich mein das bringt ja auch nichts wenn ich hier jetzt einfach so mache den hier das ist ja blödsinnig ne das zu langsam muss ich haben wir vielleicht irgendwie hier doch noch irgendwas in dem raum ne 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 vielleicht mit dem stuhl irgendwie mein fall bremsen oder so wirklich ist alles wirklich ist alles das ist auch so da ist ne zwei hier ist ne zwei jo hier haben wir gerne und da ist die eins und da ist die eins halt da hinten ja und hier auch da wird auch irgendwas zusammen haben ja jo was bringt das ja das ist ne gute frage ja 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 ja